Guten Tag, liebe Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen von der Nürnberger Spielwarenmesse. Für diese Messe hat man mich noch einmal reaktiviert. Mit Kolleginnen und Kollegen zusammen werde ich einen Film für die Sendereihe Eisenbahnromantik produzieren und ich werde Sie jetzt ein bisschen durch die Halle 7a führen. Halle 7a, das heißt die Welt der Modelleisenbahn. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.